Menschen haben ein autonomes Nervensystem, das unseren Herzschlag, unseren Blutkreislauf und unsere Atmung kontrolliert, ohne dass wir es überhaupt merken. Ein Teil dieses autonomen Nervensystems steuert unseren Darm. Daher bezeichnet man es als enterisches Nervensystem. Mit diesem System können wir die Nahrung ausscheiden, die wir gegessen haben, ohne unbedingt zu wissen, was genau zwischen diesen beiden Schritten passiert. Seine Nervenzellen befinden sich in der Darmwand. Unser gesamter Darm ist also von eng miteinander verbundenen Nervenzellen umgeben. Denkt daran, dass der Darm mehr als fünf Meter lang ist, was bedeutet, dass wir ein Gehirn mit mehr als 100 Millionen Neuronen darum gewickelt haben. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts führten zwei britische Wissenschaftler namens Baylis und Starling ein Experiment durch. Sie isolierten einen Teil des Darms vom restlichen Körper und beobachteten, dass dieses Segment in einer Nährstofflösung weiter funktionieren konnte. Es hielt in seiner Aktivität nur dann inne, als sie alle Nervenzellen dieses Segments blockierten. Unser Darm kann also unabhängig arbeiten und funktioniert auch dann noch, wenn seine Nervenzellen vom restlichen Nervensystem abgetrennt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017